Hallo und herzlich Willkommen zum AugustaFest 2020. Wir, der Musikverein Nauert, wären auch dieses Jahr gerne live auf der Bühne vor Ort für euch gewesen. Leider ist das aus den bekannten Gründen nicht möglich. Trotzdem wollen wir als kleine Entschädigung euch ein Video unseres Vereins präsentieren. Im Jahre 2021 werden wir Sie wieder live auf der Bühne der Rheinanlagen unterhalten. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund. Euer Musikverein Nauert. Musik Neugeintags Musik Neugeintags Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020